Hallo und Willkommen bei FREYT. Heute wieder mal zur Videoserie Elektro-Kettensägen mit Strippe dran. Es geht um das Thema Öl. Welches Öl verwendet man? Hier habe ich einmal Bio-Sägeketten-Haftöl. Dann gibt es noch mineralisches Sägeketten-Haftöl. Das habe ich im Moment nicht da. Oder verwendet man einfach ein Rapsöl aus dem Discounter. Anfangen möchte ich mit dem mineralischen Sägeketten-Haftöl. Der größte Nachteil des Sägeketten-Haftöls ist es natürlich bei der mineralischen Variante, dass es für unsere Umwelt nicht verträglich ist, dass es schädlich ist für das Wasser und für Wasserorganismen. Das mineralische Sägekettenöl hat verschiedene Zusätze, die die Fließfähigkeit und auch die Haftung in verschiedenen Temperaturbereichen hier verbessern oder optimieren. Und es ist, wie gesagt, im Ganzen eine gute Schmierwirkung. Die Lagerfähigkeit. Das ist jetzt das Wichtige. Die Lagerfähigkeit dieses mineralischen Sägeketten-Öls wird hier mit fünf Jahren meistens vom Hersteller angegeben. Hier kommt es natürlich auch darauf an, wie man das lagert. Wenn man das in einer Blechhütte im Garten lagert, wo die Sonne drauf scheint, verharzt und verklebt das Ganze natürlich viel früher, als wenn man es vielleicht im Keller lagert. Und damit wären wir eigentlich auch schon beim Bio-Sägeketten-Haftöl. Der größte Vorsteil ist hier, dass es biologisch abbaubar ist. Es hat aber, weil es halt auf Rapsöl basiert und so dünnflüssig ist, auch genügend Zusätze drin, die hier das Ganze stabilisieren und für verschiedene Temperaturbereiche geeignet machen und natürlich auch die Haftung verbessern. Die Lagerfähigkeit dieses biologischen Sägeketten-Haftöls wird hier vom Hersteller mit circa zwei Jahren angegeben. Das heißt, das verklebt oder verharzt natürlich schneller. In der Maschine sowieso. Wer seine Säge nur gelegentlich im Einsatz hat, der fährt sicherlich besser mit einem mineralischen Sägeketten-Haftöl, weil das mineralische Sägeketten-Haftöl natürlich nicht ganz so schnell verklebt oder verharzt. Das Problem haben wir ja dann, dass meistens hier der Umlenkstern auch fest ist am Schwert und die Ölpumpe in der Maschine direkt verklebt. Man bekommt das meistens nicht sauber, wenn man nicht die ganze Maschine wieder auseinander nimmt. Oder man muss sogar eine neue Ölpumpe einbauen, bewegt sich um die zehn Euro. Ist jetzt zwar nicht so dramatisch, aber der Aufwand, die ganze Maschine zu zerlegen. Ich zeige das später mal noch in einem Video. Das Bio-Sägeketten-Haftöl wird meist verwendet, wenn man sehr viel sägt, weil das verbleibt dann auch nicht lange in der Säge selbst und hat nicht viel Zeit, eigentlich hier irgendetwas zu verkleben. Wer also viel sägt, für den ist so ein Bio-Sägeketten-Haftöl das Richtige. Also wer das weggibt zum professionellen Schärfen, der kommt meistens um eine Ultraschallreinigung nicht drum herum. Und die Ultraschallreinigung schlägt meistens mit ca. 5 Euro zu Buche. Wenn wir dann das Schärfen haben mit 4 Euro und 5 Euro für die Ultraschallreinigung sind wir schnell im Bereich, wo sich das Ganze schon nicht mehr lohnt. Weil für etwas über 9 Euro bekommt man zum Beispiel schon in der Oregon-Kette. Nun noch zum ganz normalen Rapsöl aus dem Discounter. Das Rapsöl hat natürlich einen Nachteil. Es ist sehr flüssig. Ich verwende dieses Rapsöl allerdings sehr gern, weil ich nicht das Problem habe, dass ich darauf achten muss, dass kein Sägekettenöl in der Maschine verbleibt, dass es vielleicht dann verklebt oder verharzt. Die Kette ist natürlich auch viel beweglicher hinterher. Man kann die Kette auch mal weggeben zum Schärfen, ohne dass es jedes Mal gleich gereinigt werden muss. Und auch wenn man es selber schärft, macht sich das mit dieser, unter Verwendung von Rapsöl natürlich viel besser, weil alles beweglicher ist. Und auch der Umlenkstern hier vorne verklebt natürlich nicht so schnell mit diesem Rapsöl. So, ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass ich dieses reine Rapsöl nur bei Temperaturen unter 10 Grad verwende. Es ist so schon flüssig und wenn wir jetzt im Bereich von 15, 20 Grad mit dem Öl arbeiten, geht hier viel an Schmierwirkung verloren. Jemand, der eine Profi-Kettensäge verwendet, die vielleicht mit 24, 26 Meter pro Sekunde läuft und auch noch ein längeres Schwert hat, wie das hier, der wird gar nicht auf die dumme Idee kommen, dieses Öl zu verwenden, weil dann hat er einen wesentlich höheren Verschleiß an der Maschine und es ist auch so die Frage, ob bei einem längeren Schwert dann von diesem sehr flüssigen Öl hier unten überhaupt noch was ankommt. Bei diesem kurzen Schwert, das ist hier glaube ich 45 Zentimeter, jawohl, das ist ein 45 Zentimeter langes Schwert, also eine Schnittlänge von circa 38, 39 Zentimeter, ist die Verwendung aber von diesem Öl überhaupt kein Problem. Manche sagen, ja, da kommt unten nichts an, das wird alles weggeschleudert. In jeder Beschreibung zur Säge steht, man stellt hier vorne eine Pappe hin und kann überprüfen, ob die Pumpe auch wirklich pumpt, indem man die Säge anmacht und auf der Pappe kontrolliert, ob das Öl dagegen spritzt. Das passiert also sowohl mit biologischen als auch mineralischen und natürlich auch hier mit. Hier kann es natürlich sein, es ist etwas mehr auf der Pappe, aber wie gesagt, bei jeder Säge werden wir dort die Spuren auf der Pappe oder auf dem Papier sehen. Wie gesagt, für die, die jetzt behaupten, hier unten kommt bei dieser Länge des Schwertes kein Öl mehr an. Habe ich jetzt mal mit dieser Säge gesägt. Ach, das klebt nicht mehr. Nehmen wir das. Ich werde jetzt mal hier oben das markieren, damit wir wissen, wo oben ist und werde jetzt hier mal das Schwert entnehmen. So. Die Säge tue ich mal schnell weg. Wie gesagt, hier ist oben, hier ist unten. Ich verwende hier aus dem Haushalt so eine einfache Rouladennadel, um das zu säubern. Und jetzt hole ich hier einfach mal das Ganze raus, was sich hier so an Spänen sammelt. Bitte schön. Ihr seht es hier. Es kommt nach unten. So. Und wie ihr das hier sehen könnt, ich fotografiere es jetzt noch und blende es noch ein, ist das Ganze hier natürlich ölig, fettig, schmutzig sowieso, weil das ist von Eiche. Ich hole jetzt mal noch oben das raus. Das mache ich mal getrennt hier drüben hin. So. Also ihr könnt euch die beiden Haufen jetzt mal noch auf dem Foto ansehen. Und wie ihr seht, ist es unten genauso gefettet wie oben gefettet. Ist eigentlich nur logisch, weil diese Sägeketten haben ja hier unten im Antriebsglied so eine Aussparung, die das Öl besser transportieren soll, also auch nach unten. Manche Sägeketten, blende ich auch gleich noch ein, haben hier sogar noch ein Loch drin, um das Öl besser zu transportieren. Und wieder andere Sägeketten haben hier sogar noch Riefen drin, um das Öl besser nach unten zu transportieren. Also wie gesagt, bei einem 45 cm langen Schwert, 45 cm lang, ist es bei unserer Kettensäge mit ca. 15 m pro Sekunde überhaupt kein Problem, auch so ein Öl zu verwenden. Ich habe das Öl jetzt schon ca. 15 Jahre in der Verwendung und könnte nicht feststellen, ob ich da einen größeren Verschleiß habe. In den 15 Jahren habe ich ca. 3 solcher Schwerter verbraucht im Ganzen. Wesentlich mehr Maschinen, aber 3 solcher Schwerter. Es hält sich also in Grenzen, zumal ich im Jahr zwischen 20 und 40 Festmeter an Holz verarbeite. Ich könnte mal auf 15 Jahre hochrechnen, da kommen schon einige 100 Festmeter zusammen. Und das Ganze, wie gesagt, mit 3 Schwertern. Man könnte also sagen, in etwa 200 Festmeter mit einem so einem Schwert, das ist schon eine ganze Menge. Und das bei Rapsöl. Also abschließend, mein Favorit ist hier dieses einfache Rapsöl. Aber wie gesagt, bei Temperaturen unter 10 Grad verwende ich das. Aus dem ganz einfachen Grund, weil man die Kette nicht so extrem säubern muss, bevor man sie schärft. Man hat nicht das Problem, dass das Schwert verklebt. Und man hat natürlich auch nicht das Problem, dass die Ölpumpe fest läuft und die Säge dann nicht mehr funktioniert. Ich die erst noch aufwendig auseinander bauen muss, um die Ölpumpe zu reinigen oder zu wechseln. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wer nichts verpassen möchte, aktiviert oben die Glocke, die Bimmel. Dann möchte ich noch sagen, dass ihr immer jetzt unten verlinkt findet in der PDF-Datei, in der es einen Überblick über die ganzen Tipps gibt. Natürlich gleich mit den Links zu den verschiedenen Videos. Und ich werde euch hier unten natürlich auch in Bio-Sägekettenöl und in mineralisches verlinken, wer da nachschauen möchte. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns mal wieder. Vielen Dank.